Bald soll etwas wirklich Gruseliges passieren. Genauer gesagt, am 8. März 2024 soll irgendein großes Ereignis stattfinden, das man bis jetzt noch nicht wirklich zuordnen kann. Und zwar hat dies alles mit Stickern zu tun, die derzeit auf der ganzen Welt scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Auf diesen Stickern steht einfach nur in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund Ernest Olkowski was right. Wenn man eben versucht herauszufinden, was dieser kryptische Text bedeutet und ihn zum Beispiel bei Google eingebt, kommt man irgendwann auf eine Website, die einen Timer hat. Und dieser Timer tickt langsam immer und immer weiter herunter und endet eben genau am 8. März 2024. Seit 2017 gibt es dieses Mysterium und diesen Timer schon und niemand weiß, was genau an diesem Tag Schreckliches passieren soll.